Können wir bidi 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 ähm hingehen und pennen? Ja, dann los! Ich geh in sein Baumhaus rein. Einfach mein Haus rein propagieren. Mit der Kettensäge. Nein, Spaß. Ist auch das denn noch für eine Bude. Das mach ich nicht. Nein. Heiß ich Eik? Gleich hör ich nun hin. Warum fällt jetzt auf immer ein Name? Alter, könnt ihr mal endlich pennen gehen? Bitte. Ich geh jetzt. Hier. Ich hab schon schlafen. Alter, könnt ihr bitte pennen? Schrei Donnie, aber ich erleide Kälte schaden. Nicht nur du. Was ist denn los? Ja, ich muss vorher noch überall die Türe aufmachen damit unsere Freunde herzlich schlafen. Schlafi, schlafi bitte. Ja, gleich. Warte. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich nehm dich hoch. Warte, ich muss mal sch... Nein, ich bin wirklich gleich tot. Ja, ich schliege. Danke. Wer liebt dich? Ich schliege. Ich schliege. Ich auch. Ja. Jetzt. Danke. Hälfte mal des Lebens weg. Was soll ich da sagen bei euch vorhin? Ja, und was soll ich sagen? Bei mir fehlt irgendwie das ganze Essen im Haus. Was? Kein Obst im Haus oder wie? Wascher hier, ne? Das nehm ich. Naja, ich hab hier so ne Trocknungsstelle im Haus. Und oben hab ich meine Beethoven-Dach. Oh. Ich hab mir noch mal ein bisschen mehr Essen mit drauf gegessen. Oh nein, ich... Oh nein, ich... Oh nein, ich... Huh? What a shame. Wow, man backt hier... Leck, leck. Was ist denn los? Oh. Ich wär hier fast bei meinem Esstisch hier, äh... Ja. Gedenks festgebackt. Normal. Oh mal, ich hab hier so... Yo! Jetzt geh ich mal Holz holen, ne? Mit dir zusammen. Wer? Ich brauch... Ich... Hier, ich kann zum Beispiel nichts saufen gerade. Pipipipipipipipipipipipipipipipi.... Warum kannst du nichts saufen? Jetzt kann ich was saufen. Ähm... Das ist komplett... komisch. Ja, das ist... Niemand glaubt es aus meinem Schrank. Mann, ich brauch Kaninchen! Lauf ihn weg! Geh nach Ike, der hat welche! Ey, pscht! Ich hab nur eins auf dem Dach, das hab ich mir ehrlich gefangen. Auf dem Dach? Ja, ich mach Hasenzucht auf dem Dach, wegen Hasenfell. Was fliegen hier Baumstämme durch die Gegend? Cybox, ich glaube es ist Zeit, dass wir die Baumstämme einsetzen. Nein. Die Fliege, ich mach hier schon Party! Ja, ist doch gut. Gibt's hier denn keine Hasen? Ich hol mir jetzt Holz für mein Dach. Ja, ich find aber keine. So, keine Sorge, Cybert, ich bring die Wagen mit. Ich hab auch schon einen mitgenommen. Ah, ich hab zwei. Ja? Du hast mich mit dem Knochen-Helmstück gerade voll erschreckt. Du klaust mir jetzt nicht den Wagen! Eik! Leute! Eik! Lass die Scheiße! Was mach ich denn? Du klaust mir mein Holz! Nein, das mach ich nicht! Das hab ich ehrlich gefunden! Äh, das hört sich nicht gut an. Äh... Wo seid... Wo seid ihr denn mit dem Wagen hin? Der Mädel! Da wird bestimmt kein Holz! Doch! Da oben! Ach du Scheiße, das sind... Boah! Leute! Leute! Ja! Ja! Oh Gott! Nein! Ich hör doch an die Beine! Die Tür... Und Kettensägen! Natürlich! Naja, und noch müssen wir die Musik anmachen am besten! Oh nein! Da steh dich Eik! Was denn? Sitz! Ey, ich lauf hier ganz normal drinnen rum und mach überall die Tür... Äh! Warum sind hier so viele? Drei Stück! Na drei Stück ist doch nicht viel! Guck mal, wir sind Viere! Aber ich muss alleine kämpfen! Normal! Nein, ich guck dir zu! Ich feuer dich an! Ich geb dir Rückendeckung! Okay! Ich hasse dich! Wollt ihr die Frau retten? Niemand kann die Frau retten! Ja, warum auf? Ja, nicht vor mir! So! Tür zu ist, Tid! Ja, wer hat die Tür aufgemacht? Wer wohl? Du! Nein! Jo, kann ich die auf die Bank legen und dann... Äh... Nein! Und am Tisch! Äh... Ist ja noch besser! Ne! Na doch, dann kannst du dir einen schönen Blowjob verpassen! Was ist los Tyrox? Tyrox? Ich glaube er ist tot. Warum ist er tot? Ich habe über die Hälfte meines Hauses fertig. Und ich habe einen Hasen. Leute, ich brauche Hasen zu. Warte mal. Tyrox, was ist los? Komm, hier, hallo. Was ist los? Ah, okay, tschüss Tyrox. Was war das für ein Geräusch? Das kann doch nicht so schlimm sein. Guck mal, ich mache das hier selbst. Oh, der ist dann noch ein HB. Äh, hinter dir. Hinter dir. Ach, danke Ike. Dafür, dass du uns... Ich mache Musik an. Musik, die kann ich ja nicht mal hören. Doch, gleich, warte. Ja. Hä? Ging noch gerade. Oh, wir haben zwei Kanägel in der Base. Kanägel, oh. Easy, meins. Oh ja, ein Kanägel fell. Komm, wo ist das Vieh? Komm, wo ist das Vieh? Klau mich nicht mehr, Kanägel. Ich brauche Kanägel. Ich brauche Kanägel. Komm her. Du darfst... Komm her. Lauf, kriegst du auch? Jo. Haben wir es dupliziert? Ich hoffe. Nee, haben wir nicht. Nee. Dann nehme ich ab das Fleisch. Ich frag mich, was ihr habt. Hier rennen fünf Hasen um mich herum. Hier, hallo. Nein, ich... Was sieht denn gar nicht mal aus? Äh, weiß ich nicht. Komm mal hier. Hallo. So, hier ist Exenaut für dich. Leute, es wär echt... Cybot. Weißt du, wir sind... Wir sind Holzfäller Brüder, ja? Ja. Warum kommst du nicht mir mal zu Hilfe kommen und äh... Ich hätte... Du sammelst die Baumstämme hier mal ein. Damit wir alles zu bahnen können. Was soll denn das, Cybot, weißt du? Ah, da. Was willst du mir schon wieder ein? Dein Internet wird wieder... Du hast mir wohl meinen Wagen geklaut. Jetzt klau ich dir die Toten. Kannst du gerne haben. Solange du mir nicht wieder meinen Wagen klaust. Können wir ändern. Halt, stopp. Also, äh, also... Du klaust mir nicht noch mal meinen Wagen. Ich klau nur Kannibalen, wenn's Frauen sind, ne? Also, ich hab schon eine hier. Nee, das ist gelogen. Wenn sie ne Glatze haben. Ja, erstens das und zweitens, wenn die Gesichter aussehen wie Kerle. Nee, guck, dies war... Nee, ich kann's nicht. Ich verbrenn grad jemanden. Also, jetzt musst du mal kurz warten. Ja, okay. Ja, ja, ich hab Zeit. Sie auch. So, Cybot... Glaub mir... Ihr macht den Wagen hinter dir voll. Hinter dir noch den Wagen. Glaub mir, wir haben alle Zeit der Welt auf dieser Insel. Äh... 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 Was? Nein! Flieg, Wagen, flieg! Wie? Ey... Flieg nach Hause. Ey, Cybot, wir haben eine Habitalkanone. Ich bin voll, du kannst da mit jemandem überfahren. Achso... Nein! Nein! Eik! Eik! Meine wunderschöne Orbitalkanone. Eik! Eik! Bring mir das alles wieder! Guck mal, Eik. Moment. Das ist eine Orbitalkanone. Frag dir das. Wo bist du denn? Hier. Hinter dir. Achso. Hä? Hier. Ach, da. Ähm... Okay. Was denn? Ähm... Mein Holbildalkanone. Okay. Oh, konnigion! Kannibale. Der Rückter. Wo ist denn? Toll. Ich brauche nur noch einen Holstern, mal da. Für was brauchen wir bitteschön einen? 79 Baumstämmen und 133 Stöcke. Na, du Türke? Was? Sieh ich aus wie ein Türke oder was? Ja. Molo Habibi! Genau. Genau. So siehst du aus. Küsst deine Augen! Eik! 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 Liebe auf den Grund! Eik! 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 Bei der Hälfte abgebrochen. Sind sie immer wieder geil. Warum liegt Essen auf dem... Ach egal. Ach egal. Ey, der fragt schon gar nicht mehr. Mich wundert hier nichts mehr. Ja. Oh, das... Das... Das schmeichelt mir. Aber meine Orbitalkanone lasst dir stehen, okay? Ja, ja. Das werden auch unsere Nachfahren begutachten. Ja. Eben. Die werden auch sagen, das ist eine Orbitalkanone. Die werden sagen, das hat die Zukunft für uns. Müssten sie eigentlich langsam mal wieder Mutanten auftauchen? Oh Gott, bitte nicht. Sehr. Naja, ich... Doch. Brauch auch Haut. Oh, Holz. Eiler. Talbot, ich muss nur kurz meine Treppe fertig machen. Der klaut dir das Holz? Jetzt wird's schon auch rein. Ja. Einfach eiskalt umbringen, los. Was? Eiler. Wir sind... Wir sind Überlebende. Auf dieser Insel gibt's keine Regeln. Umbringen, los. Aber das hab ich dir schon mal gemacht. Ja und, machst du's nochmal. Ich zesse... Tyrox blöse! Eyk, du hast mich grad auf eine lustige Idee gedacht. Ja, wir gehen. Danach holte er seine Kettensäge raus. Welche will ich gar nicht wissen? Muss halt auch mal sein. Tio Tio Sei einfach zu dir einen aus Oh Gott Äääääääääääääääääääm Tür geht zu schnell bitte Du hast was zu saufen Danke Ich safte nicht mehr Getränke aus Ich habe gerade durch meine Stüge saufen His Psybox, guten Tag Zerövendies was du liest Psybox Schau mal Hehehe Heeee Warte, ich möchte was ausprobieren Oh Gott nein Uuhuhuuhuhu Äh, nein, das kommt weg Tavox, aus Tavox versucht, den Balkon einzubringen Was war eigentlich hier in der Hülle? Unterfrage Mike? Ja? Was ist eigentlich hier in der Hülle? Keine Ahnung Ich trau mich jetzt nicht mehr nach draußen Ich hab Angst, dass Tavox jetzt sofort kommt, wenn ich rausgehe Ich geh nicht mehr erkunden, ne? Das glaub ich dir nicht Da wartest du noch 3-5 Minuten, dann können wir zusammen alle reinkennen Tavox Meine Folge ist gerade zu Ende Was gibst du mir, dass ich dir 2 Holzstämme von dir genommen hab? Tavox Was hast du getan? Oh! Es ist ja schlimm, dass ich 2 Holzstämme genommen hab Tavox, du bist schon in der Hülle drin Erwischt Wie ich den Namen einfach noch ganz langsam nach oben wandern sehe Und wieder ganz langsam rauskommt Das war so viel der Entspannung Yes, endlich So, dann beende ich kurz die Folge Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020